Hallo liebe Gäste, ich bin es mal wieder Julia und ich nehme euch heute mit auf unseren Komfort-Camping am Senfenberger See. Hier möchte ich euch zeigen, welche Möglichkeiten ihr in eurem Campingurlaub als aktive Radtouristen habt. Der Komfort-Camping in Niemsch befindet sich direkt am Radweg um den Senfenberger See. Außerdem ist der Campingplatz der ideale Startpunkt für verschiedene Touren durch das Lausitzer Seenland. Unsere schöne Region eignet sich wunderbar zum Fahrradfahren. Viele der Seerundwege sind asphaltiert und fast überall gibt es Knotenpunktwegweiser. In der Rezeption erhaltet ihr jede Menge Tipps für eure Radtouren. Sprecht uns dafür einfach an oder nutzt das umfassende Flyermaterial und unser Infoterminal. Wetter- und reißfeste Radbanderkarten bieten wir ebenfalls an. Empfehlen möchten wir euch eine Radtour zur Landmarke und Schleuse sowie die Rundwege um den Großregener und um den Senfenberger See. Natürlich könnt ihr eure eigenen Fahrräder mit in den Urlaub bringen. Falls ihr diese jedoch zu Hause lassen wollt, könnt ihr euch gerne welche an der Rezeption ausleihen. Sprecht uns dafür einfach vor Ort an. Wenn ihr nach einer Radtour eure Kleidung waschen und trocknen möchtet, stehen euch natürlich unsere modernen Sanitärgebäude zur Verfügung. Hier findet ihr auch Kochgelegenheiten und Duschen. Außerdem haben wir eine Sauna, falls ihr gerne die Füße hochlegen möchtet. Übrigens ist der Comfort Camping ein zertifizierter Bett-in-Bike-Campingplatz. Für mit dem Fahrrad anreisende Gäste gibt es ein spezielles Angebot. Falls euch unser Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Bis bald am Senfmerger See. Bis bald am besten! Bis bald! Bis bald am прикgende Jinnen. Bis bald am besten! You spend wohl garierenidienLOck. Bis bald am besten! ……